ach du scheiße mit dem heli soll ich fliegen ja wir haben sechs tangos und los diablo am r4 schießerei praktikern sie wollen praktikum bei der polizei machen dann zeigen wir immer wie gefährlich das wird ach du scheiße kann ich sterben wo habe ich kopfschmerzen habt ihr mich gehauen die augen so lange ich will da sind scheiß die wandern aber herr fisch wo haben sie den führerschein gemacht für fliegen höre mal ich habe jetzt nicht die medics gerufen ich habe den totenkleber angerufen ja richtig richtig kennen sie den wo fliegen wir eigentlich hin das ist schon eine schöne gegend ich war letztens war ich auch mit hilde hier im wald ich bin super flieger ja auch ja leitstelle 498 kommen ich bin doch eigentlich schon über shot kontakt aufnehmen können oder schluss naja alle einheiten die im flugfeld in los diablo sind wo sind die täter auf die schnauze flieger ich war früher ich war ich war im schützenverein aber schießen mit keine luftpistole ja sicher sicher gibt mir die dicke wo ich mache dass ich regel hat habe ich eigentlich erzählt hat ich damals in dem film mitgespielt habe ich war früher schauspieler er nimmt sie aus dem autogerät oh uch du scheiße was ist denn da alles drin ich bin bekloppt das ist erstmal ich fange uuuh 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 ua uuuh 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 Die Waffe wechseln, zieht er die nicht automatisch? Wie geht das denn? Wie wechsle ich denn die Waffe? Der Gänso grüße dich. Der Gänso grüße dich. Ich bin voll blind hier, weil ich nichts mitkriege. Benji, grüße dich. Wie geht es dir? Du musst mir deinen Text noch schreiben, Benji. Ich habe mir eine richtige Sirene an. Wie kann ich das nicht ausmachen? Weil ich kein Funkgerät habe. Haben die mir nicht gegeben. Gerhard, du hast auch noch einen Rucksack. Nicht nur deine Kleidung. Ja, stimmt. Der Scherfwagen, der da losgeht, ist der von uns? Oh, der weiße da unten, ne? Nee, das ist ein Polizeiauto, ne? Das ist... Nicht? Ich habe ihn dreimal nachgefragt, ob ein Zauder-Sheriff-Evox unterwegs ist. Und die haben nicht geantwortet. Den hatten wir eben schon gesehen, komm. Wir haben einen E-Vox hier gerade auf dem Feldweg. Es ist einer von uns, komm. Leitstelle von 88. Ich raste gleich aus, hören Sie mich? Ja. Ach, die über Punkt gerade nicht. Warum muss ich das nachstellen, finde ich das Ende. Leitstelle von 88. Wir haben hier einen Sheffield-Evox, der auf dem Feldweg kommt. Feldweg Richtung Jefferson Hill kommt. Oh, scheiße, hoffentlich. Muss ich keinen töten oder sowas, oder? Habe ich noch nie gemacht. Davor fährt ein LSPD-Evox. Wo ist denn Ihre Position, komm? Ah, okay, danke, Flox. Außen 500 Meter. Und Sie fahren in die richtige Richtung, komm, weil wir hatten eben noch Richtung Airfield weggefahren. Also, ich habe Kontakt. Nee, ich kann nicht schon. Ich dachte, das hat sich was bewegt. Ich bin fast zu viele Bäume. Mir ist kalt, ne? Wie will die Jäge haben? Ja, sicher. Habt keiner. Wie ist denn? Leichtstelle von der 88 kommt. Wie die Reichweite vom Evox jetzt? Wie viele Meter von Jefferson Hill in ihrer Position kommt? Unten ist ein LSPD Evox. Ja, richtig. Okay, da sind wir doch, oder? Hier war gerade ein schwarzer LSPD Evox gefahren. Den weißen. Den weißen. Entschuldigung. Wir sind genau drüber, über dem Tatfahrzeug. Oh nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Wer hat dir einen Führerschein gegeben? Ich werde bekloppt. Links im Wald, sehen Sie? Links im Wald, ja, 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 ja. Schießen. Echt jetzt? Ich werde die Kugel abflutschen. Wo ist der denn? Feuer einstellen, Feuer einstellen. Und Waldchen. Positiv vorm schwarzen Evox kommt. Ich sehe ihn nicht mehr. Feuer, Feuer, Feuer vergabend. Schieb den weißen Evox, was du willst. Komm rein, na. Kommt gut, hol ihn weg. Hör mal, wenn ich dir ins Bein schieße, schrei Aua, ja? Aua. Ja, jetzt, äh... Hör ein bisschen Gas? Ja, ein bisschen mehr auch... Lade nach. Ein bisschen mehr nach rechts. Uhu. Ja. Uh. Was ist denn jetzt los? Ich bin so ein schlechtes Erflugger. Wo ist der? Bei uns. Auf der Straße. Das sind alle? Flieg mal ordentlich. Ja, warte. Wo ist der hin? Kleine Morrisen-Zauberflug gleich, komm. Ich brauche einen Pilot, dass ich schießen kann. Äh, Evox ist flüchtig über die Morrisen-Zauberflugge, komm. Oh, und blutig. Und weg, Gerrit. Ich seh nicht mal Eichlussflöcher. Ich weiß, halt, ihr seid, ihr das. Äh. Nicht dahinter, da vorher. Ah, wie ist das denn? Hab ich ihn erwischt? Gerrit, dreht, angehalten auf der Straße, auf dem Heimat. Und sie ihre Waffe weg? Oh, ja, sehe ich schon. Okay. Warte, warte, ich bin da noch. Oh, warte, ich muss richtig in den Kurs nehmen. Nur noch zwei Magazine, nix. Ey, dein Knie ist im Weg. Zieh mal Knie ein, ohne Scheiß. Oh, ich kann nicht fliegen, dann. Wo ist der? Ah! Oh, umgedreht. Warum tappt der bei mir andauernd raus? Ja, natürlich. Ja, sag doch was. Warte mal, ich lege sie rein. Der H.K. musste einfach nur voll aufs Kopf drauf ballern und auf einmal sie sich überall kisten. So, liegt drin. Eberts. Magazin? Ja, warte, warte. Noch zwei. Noch welche rein. So, wo ist der? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der? Eberts hat, äh, Moris auf dem Garage, äh, 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 an der Küste... Er hält am Polizeihacken-Konferenz. Ist er da da? Ich weiß, ich weiß, ich kann nicht fliehen. Schon wieder raus. sind die denn jetzt ich versuche es ich brauche einen piloten der richtig fliegen kann ich will auch schießen ja ist tot ich werde bekloppt wo sind die denn ich tese das auto soll ich mit fallschirm abspringen Tom Thompson grüße dich natürlich ich ballere mit allem was ich habe haben wir irgendeinen piloten kann also ich nehme tor 3 den song aussteigen 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 aussteigen